Willkommen zu diesem neuen Video. Ich würde mal sagen, wir landen mal wieder hier bei dem Bahnhof und wir versuchen mal wieder so lange zu überleben wie möglich. Und ja, schauen wir mal, was uns das alles so, wie viel Käse wir schaffen, alles und ja. Ich gehe auf jeden Fall hier mal in diesen einen Bunker rein bei dem Bahnhof. Das ist immer eigentlich mein erster Punkt, wo ich auf jeden Fall hingehen will, weil da sind immer sehr häufig sehr gute Waffen. Deswegen, ja, mag ich diese Stelle. So. Okay, jetzt bin ich soweit. Gehen wir mal hier runter. Okay, was haben wir hier? Joa, eigentlich jetzt schon sehr gute Waffen. Die Pump und hier das andere, das ist schon mal sehr gut. Das hier finde ich nicht so besonders toll, was auch immer das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Das tun wir mal direkt mal raus. Okay. Einmal Schild auffüllen. Hier ist klar keine Kiste. Ich glaube wir gehen mal, ähm... Ja, wir gehen mal direkt hier runter. Hier rein. Okay, wir haben ja schon mal ein Medi-Kit, das ist auch schon mal gut. Ich bräuchte jetzt so dringend einen Biggie. Also diesen großen Chill-Tank da. Vielleicht bekomme ich den hier. Mal schauen. Ne. Da kommt jemand. Ich geh mal hier hoch. Vielleicht werde ich ihn von hier oben beobachten. Warum kommt der nicht? Hm. Ich glaube wir gehen mal hier in die Richtung. Aber hier eben ist jemand hochgekommen, habe ich gehört. Hm. Da vorne ist der. Sehr weit, kann ich nicht treffen. Ich nehme mal das Auto und fahre nochmal hin. Aber hier ist kurz noch. Die Truhe. Ja, nehme mal mit. So, haben wir unseren ersten Kill gleich. Okay. Haben wir unseren ersten Kill. Oh, da oben ist jemand. Da hinten. Habt ihr gesehen? Am Berg. Ich habe aber leider kein Scharfschützengewehr, deswegen kann ich jetzt damit nicht so viel anfangen. Aber ich glaube, wir fahren da einfach mal hin und schauen. Ähm. Da unten ist er. Vielleicht kriegt man es ja hin, aber hier leute ich auch nicht zu viel riskieren. Okay, geschafft. So, fahre ich jetzt mal ein Sportwagen. So, fahre ich jetzt mal ein Sportwagen. Also, ich glaube, ich fahre jetzt mal mit dem Auto zum, zu Fencing Fields. Das ist auch mein Auftrag hier. Also, einen habe ich ja schon eliminiert, aber Fencing Fields muss ich noch machen. Dann habe ich für den Matchauftrag abgeschlossen. So, fahre ich jetzt mal mit dem Auto zum, zu Fencing Fields. Okay, hier ist noch ein Medi-Kit. Okay, hier ist noch ein Medi-Kit. Oh Gott. Jetzt schnell weg hier. Jetzt bin ich aber sehr schnell. Ich hoffe, ich habe hier ein neues Auto hier vorne. Aber ich denke auch schon, da sind wirklich immer Autos. Da war es ja Auto. 35 Spielerleben. 32. Lass mal lieber. Lieber ein bisschen weniger Kills, aber dafür, ähm... Ja, er ist da. Wirklich mal gespannt, wie weit wir kommen. Wo war das so? Wo war der denn, der eine? Keine Ahnung, wo der jetzt... Wo der geschossen hat. Ich glaube, wir fahren mal in die Richtung. Ähm, vielleicht finden wir hier... Ja, da ist ja einer. Oh-oh. Boah, das war so knapp. Ich hätte fast ins Auto einsteigen können. Boah, das war so knapp, Leute. Boah, das war knapp. Wie viele waren eigentlich noch? Ich weiß gar nicht genau, wie viele Spiele noch übrig waren. Ähm... Ja. Leute, ich würde sagen, wir schauen mal in der nächsten Runde, wie weit wir kommen. Ich hoffe... ein bisschen weiter. Hm... Ja, schauen wir einfach mal. Okay. Okay, welchen Matchauftrag sollen wir nehmen? Füge gegen den Schaden zu, während du geduckt bist oder rutscht. Ähm... Ich glaube, das hier ist immer das letzte. Ich suche eine Truhe oder Munitionskiste in 15 Sekunden, nachdem du eine Tür durchbrochen hast. Ja, ich glaube, das ist... ein guter Matchauftrag. Den wir vielleicht sogar machen können. So... Wo sollen wir landen? Ich würde sagen, wir landen mal... hier. Ich glaube, ich will direkt hier in diesen Turm reinfliegen. Da sind, glaube ich, ein paar Truhen oder so. Habe ich so eine Erinnerung? Wenn wir es hinbekommen. Hoffentlich bin ich jetzt nicht zu weit. Nee. Perfekt. Da kommt jemand anderes auch noch. Kann das sein? Da oben ist jemand. Hä? Okay. So. Geschafft. So. Geschafft. Ich will dringend noch... Ähm... Was war das oben für eine Waffe? Nee, brauche ich nicht. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wo sind die ganzen Spieler hin? Ist gar niemand drin. Wundert mich irgendwie, dass hier niemand ist in dem Haus. Aber vielleicht kommen die noch. Hä? Aber vielleicht kommen die noch. Was? Boah. Nicht schon wieder Leute. 76 nur. Boah. Das war gar nicht gut. Ah. Wir müssen es wirklich mehr anstrengen. Irgendwie. Dass wir dann weiterkommen. Ähm. Ich bin damit gar nicht zufrieden. Ähm. Ja. Ich hoffe, dass wir nächstens in der nächsten Runde mal unter die Top 20 kommen. Oder so. Weil... Ich habe jetzt eigentlich... Keine Ahnung. Also Top 10 oder 5 oder... Auch mal so 2. Das habe ich eigentlich vor kurzem geschafft. Deswegen... Top 1 ist jetzt leider schon ein bisschen länger her. Aber... Ähm. Keine Ahnung. Wird ich schon hinkriegen. Also Platz 1 meine ich nicht. Top 1. Keine Ahnung. Ob es das gibt oder nicht. Ich meine halt... Also Sieger. Okay. Welchen Match auftrag? Ähm. Den ersten, oder? Stelle Konditionen wieder her. Ist glaube ich gut. So. Wo sollen wir landen? Ich würde sagen beim Bahnhof. Das ist mein Lieblingsplatz zum Landen. Ja. Ich finde das ist gut. Ich hoffe, dass wir da jetzt... Ähm. Relativ gute Waffen finden. Im Bahnhof. Aber... Ich denke schon. Ich glaube da kommt jemand anders noch. Ich glaube nicht bei allen. Ja. Nicht gut. Kommt der hier runter? Wo ist denn der hin gegangen? Ich baue eine Pump. Ich bin jetzt da unten reingegangen. Die Tür steht offen. Ich bin jetzt da unten reingegangen. Boah. Hä? Warum hat der mich nicht gesehen? Hä? Warum hat der nicht... Warum hat der... Hä? Das ist komisch, oder? Warum hat der mich nicht gesehen? Das ist merkwürdig. Verstehe ich nicht. Komisch. Naja. Merkwürdig. Das ist merkwürdig. Dass er mich nicht gesehen hat. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Was von mir hier? Okay. Das kann man auch gebrauchen. Das auch. Was von mir hier? Okay. Das kann man auch gebrauchen. Das auch. Natürlich. Das ist der ganze Spiel. Das könnte Fill-Blue nicht neu sein. Stare. Wir würden mich hier nicht scoren. Das ist der ganze Spiel. Und dann sehen wir uns den ersten Namen. Und dann geht das mal das. Was ist der ganze Spiel? Der ganze Spiel... Der ganze Spiel. Die sind so. Von der Seite. Da kommt das drin. Wie sieht das drin. Where ist der ganze Spiel. fahren und da vorne ist jemand da vorne ist jemand da vorne ist jemand da vorne ist jemand ich glaube ich fahre mal wieder richtung fencing fields aber man muss eigentlich mal mein lieblingsort irgendwie keine ahnung bahnen und fenster viel zu einer anderen aber ja wir hatten hier die tankstellen durchgejagt vorne war jemand komm boah das war so knapp wieder Leute ich würde sagen ich bin jetzt das Video ich hoffe euch das Video gefallen ich würde sagen bis zum nächsten mal ciao ciao